Damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu... The Conjuring House... Nein, The Dark... Okkult. Das heißt ja anders. Hier ist... Nachgucken der Aufnahmen aufgefallen. Ich hab was vergessen. Haben wir uns jetzt eben schon? Klar? Richtung? Und sehen dann, wie es weitergeht. Und zwar im... Gott, dieses Spiel hakt so wunderbar. So. Ist jetzt zu schnell. Direkt am Anfang. Die Tür jetzt offen. Warte. Die hab ich nämlich, glaub ich, auch vergessen. Und zwar... Ist die Tür... Jetzt ist die Tür offen. Ich hab den voll überwohnt. Ein Schlüssel. Der Wageschlüssel. Und Wagen... Ich geh einmal ganz kurz zum Speicher. also nie das ist die Tür. Ich geschah mir, der Teuf ist. Hakel... Findet sich... Da. Da gehen wir jetzt hin. Nein! Das... Ein Papper? Na? Tut mir leid, ich kann mir jetzt den Pappen mal nicht schreien. Ein bisschen was möchte ich schaffen. Ach so... Habe ich. Darum gehen. Ich bin ein Pappen. Ich bin ein Pappen. Ich bin ein Pappen. Ich bin ein Pappen. Ja, kommt zu... Schauze! Wir müssen durch, ganz hoch, und rechts. Ab da. Wir hoffen, Agatha kommt nicht. Agatha ist das. Dankeschön. Einmal kurz, ob wir uns hier im Rohr umgucken können. So, okay, ähm. Der Polzenschneider. Wir konnten den nochmal benutzen. Gerne schnell zurück. Freuchen. Einmal. Nein, zwei. Was ist mit dem Spielen? Was ist mit dem Spielen? jetzt benutzen. Abbolzen schneiden. Ach, und übrigens, wir haben auch noch ähm Känzertür. Nicht nur hier, sondern auch da. Wisst ihr noch, wie sie davor standen? So, die Näht hin. Besser als Agatha. Die Türen hier haben wir noch nicht kontrolliert. Die meisten gehen eh nicht auf, oder? So, genau. Die sind ja eine Bügelsäge, die haben wir noch. Das Bügelsäge auch. So, geht auch nicht auf. Und innen verschlafen, okay. Ähm. Besser als Silber. Gut. Kannst natürlich nicht umrennen. Speichern wir nochmal. Die Minuten im Spiel, und ich schicken jetzt schon wieder eine ab. Wenn man nichts anderes zu tun hat. Oh, im Karton. Gehen wir jetzt in den Kämpferraum. Äh, zur Kämpfertür. Ich werde jetzt in den Körbauf. Ich werde jetzt irgendwie... Die Batterienn muss. Hup. Ich will nicht auf den Dachboden. Das ist aber eine dicke Ratte. An Ende verschlossen. Okay, dann... Hi! Oh! Was war der unter mir? Was war das? Nein! Da ist noch ein Weg. Oh! Der Starlamp. Ähm... Labyrinth. Hinweis an die Arbeiter. Denken Sie daran, alle Arbeitsgeräte und Werkzeuge am Ende des Tages in einem kleinen Raum in der... Olden Lewis. Eine Geige. Ein sehr aufgeräumter Mann, wollte ich sagen. ... 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 Und jetzt nicht die Ekstra-Watterie. Ah. Ach, deswegen konnte ich nicht weiter. Okay. Ach, ganz ruhig. Ja, ja. Ja, ja, wir wissen's. Ich hab diesen Hammer und verpiss dich. Ja. 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 Oh, scheiße! Ich wusste ja nicht, dass er mir folgt! Oh, das war so dumm! Zu weit gelaufen! Ich gehe gerade in den Terror-Modus nicht noch so gut, als wir in den Terror-Modus nicht gehen. Ich gehe gerade in den Terror-Modus nicht mehr so gut, als wir in den Terror-Modus nicht mehr sehen können. Und ich gehe noch auswendig lernen. Was ist ein Apfelder? Müssen. Müssen. Ich würde gerne diese Zähne überspringen. Hi! Ich habe noch eine Queatschein zugetreten. Ohhhh! Ohhhhh! Ohhhhh! Ohhhh! Ohhhhh! F đã glimpseer Femm fennm 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 GRUNG Schreie-Lieft Geli, Pety, Agata schreie-Lieft Pety, Pety, Pety 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 Bitte, bitte. Oh, bitte. Bitte. Oh Gott. Warte. Oh, nie wieder, bitte. Ah. Oh. Warte. Oh. Woher wollen wir den Hammer? Wollen wir uns da oben weiter umgucken? Da war ja noch ne Tür. Wofür wir den Bolzen schneiden? Lust, da wär da der Wendigo. Oder Monster. Oder was es auch immer ist. Werden wir speichert, du kannst uns nix mehr. Wir gehen erst noch mal hoch durch die Tür. Wir machen die Campertür zu. Wer ist da für sich? Oh, die Campertür fällt von Red. Von der Wendigo kann ich nicht ziehen. Ja, hier kommen die Hände nochmal. Hi. Okay. Ach, die Szene können wir erst kälten. Aha. Auf gut Glück gehen wir trotzdem dahin. Ich könnte sie jetzt speichern. Wo kommt das für dich? Komm schön. Ja. Du musst es aber erst wegschieben. Okay. Okay. Ich gehe jetzt runter. Oh, ich bin da. Komm wieder. Komm wieder hin. Oh Gott. Warten. Ich wollte eine Pause machen. Ich bin da. So sehr. Ja. Ja. Ich habe den Klopf denn da. Kann sie die Taschenlampe ausmachen? Ja. Dann schauen wir ja auch. Das ist noch nicht der Wendigo. Der uns nochmal getötet hat. Wo kommen wir da hin? Ja. Als man das sieht. Das tut mir leid. Ich habe gerade so gedacht. Als man das nicht sieht. Das ist nicht gespielt. Gerade. Wo gibt es da ein? Wo gibt es da ein? Wo gibt es da? Damit Schlüssel verstehe. Schlüssel. Wie auch immer. Ob ich hier aus Schlüssel. Lassen wir mal kleine Schlüssel erst. Kommodos. 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 Wenn wir so gehen. Ein Labyrinth. Nein. Ein Adi dringend. Kack. Das können wir runterfallen. Ja, das wird ja was auch dabei sein, also müssen wir erlangen. Das ist voll dem Recht, weil die Taschenlampe so schwer... Müssen wir denn überhaupt... Es kommt! Nein, Mann! Nein! Nein! Wie dumm! Also mal von vorne machen! Ja, wir sind immer noch um! Wo sind's? Er ist hier draufge... Hä? Er ist hier draufgeschmissen oder was? Ja, da kann ja nix... Ich hab' keine Angst, was ihr jetzt wieder... Wovon da kommen wir? Wo fahren wir hin? Falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung... Ach, hier können wir auf einmal krabbeln! Hier ist ganz entspannt! Aha! Das ist mich beruhigend! Kann ich nicht Agatha wieder haben? Und Agatha ist deutlich entspannter als... ...der Wendigo... ...oder das Monster... Was auch immer ist... Na? Kann ich nicht... Kann ich nicht verstehen, ob die Plattformen krägt? Oder so? Wo kommen wir jetzt? Wo gehen wir hin? Wo im Karton? Ach, und da kommen wir auch... Einmal wo wir hinziehen! Da... kommen wir hier! Was wäre da am Anfang? Das... äh... Wolltet... Nein! Nein! Falsche Richtung! Kann ich nicht mehr hinschmeißen, ja? Ich denke dann ständig, dass du runtergekippt bist! In der Sack! Ach, nicht mehr viel! Nicht mal weit! Kommt gut! Kommt gut! Entspannend! Entspannend! Ja, ganz entspannt, Kappa! Du kannst einfach weiterschlafen! Hm? Entspannend! Oh, warte! Kann ich hier drauf? Nein! Kann ich nicht! Kann ich nicht! Kann ich nicht! Kann ich nicht! Okay! Oh, da! Oh Gott! Oh Gott! Das ist jetzt nur noch an der Wand entlang! Ja! Dann nuns nochmal! Ich hab deinen Namen vergessen! Ich hab den... Lake wird noch einen Namen! Ich weiß nicht weiter! Ja, puh! Okay, ähm... Eine Kiste! Kann ich mit der... Gäste! Ausmachen! Oder... Das... Ein... Oh Gott! Ja! Wir haben einen! Und dafür sind wir jetzt hier hingegangen! Muss ich das schaffen, da runterzuspringen? Anshand! Oh bitte, ich bloß nicht in den Wendig, oh. Oh, ah. Warte rein. Ja. Upsa, auch nicht. So, wie geht's? Eine Umwege, wird hier anscheinend doch Umwege, sind wir. Ja, das ist die Camp-Vertöne von außen. Okay, 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 okay. Hier rein. Da. Äh... Rein. Sprechen! Okay. Okay, das haben wir geschafft. Wir verschreiben das nochmal, damit wir es nie wieder machen müssen. Okay. Jetzt brauche ich eine Pause. Und wacke ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!